Musik So, wir sind schon mal Petra Portion, Psychologe und so weiter, Experte für toxische Beziehungen. Das stelle ich auch. Dies war ein Video-Blog-Runde mit Themen Deckbeziehung und Liebe. Und die Katze läuft hier wieder rum und macht scheiße. So, jetzt setz dich hin, sonst kommen wir hier nicht weiter. Okay. So, genau. Ich bespreche ja wieder den Johnny Depp-Prozess. Ja, gestern ganz interessanter Tag. Das Problem ist immer, wenn da mal Zeugen Aussagen nicht spannend sind, dass es dann, ich finde vor allen Dingen von der Seite von Amber Heard, also von der von Johnny Depp natürlich teilweise auch, da immer wieder unterbrochen wird und Objection und dann haben die ja in Amerika ganz strengen Regeln mit Hörensagen. Das heißt, sie dürfen da vor Gericht scheinbar nicht aussagen, wenn sie einfach irgendwas gehört haben, was jemand gesagt hat. Ja. Schwierig. Also das macht es aber auch teilweise irgendwie sehr künstlich. Ja, es hat so jemand ausgesagt, der so einen Trailerpark hat, wo die Urlaub gemacht haben mit dem ganzen Team. Er hat halt halt ausgesagt, wie laut das wäre, wie sie gestritten haben, dass Sachen im Wohnwagen kaputt gegangen sind. Aber ja, ich war einfach so ein ganz normaler Dude, dem dieser Trailerpark gehört. Ja, war jetzt aber insofern vielleicht nicht so mega erhellend, außer dass toxische Beziehungen scheiße sind, dass es immer laut ist und immer Drama gibt. Ja, wurde, wer jetzt da genau was gemacht hat, war jetzt nicht so ersichtlich. Ich glaube, es ging auch ein bisschen darum zu sagen, er hat ausgesagt natürlich, dass er keinerlei häusliche Gewalt oder dergleichen gesehen hat und Johnny Depp aber erheblich alkoholisiert gewesen ist an dem Arm. Vielleicht ging es darum, da nochmal einfach eine Aussage zu haben. So, was hatten wir noch? Dann hatten, das fand ich auch interessant, ging es um Aquaman. Es ging auch viel um Geld gestern, was kann man verdienen, weil sie hat ja Johnny Depp auch auf 100 Millionen verklagt. Und der hat ja von DC, also es gibt ja diese Marvel Comics, DC Comics, Aquaman ist DC World. Und der hat halt ausgesagt, ja, die hatten Optionen da auf Aquaman 2. Da hat sich aber durch die Aussagen jetzt, was diesen Prozess angeht, nichts geändert. Und dass sie da sie zögern, diese Optionen da in den Vertrag umzuwandeln, liegt jetzt nicht an, also was er gesagt hat, nicht an diesem Prozess, sondern es liegt daran, dass sie die Frage gestellt haben, ob sie genug Chemie hat mit dem Hauptdarsteller. Und dass sie dabei nicht haben, Mensch, bevor wir da irgendwie Chemie hier so am Set kreieren müssen, nehmen wir nicht besser gleich jemand anders, was natürlich, ja, nicht so gut ist für Emma hört, weil wo ist dann der Schaden, ne, wenn sie sie einfach nicht nehmen, weil es einfach für den Film nicht passt. Genau, das fand ich ganz spannend. Und, ähm, was hatten wir noch, äh, dann hatten wir, äh, die Aussage eines anderen Psychiaters, äh, das war jetzt gleich, was ich gestern auch gesagt habe, der gesagt hat, ey, das geht nicht, du kannst dich da nicht vor Gericht hinstellen, jemanden gar nicht untersucht haben, und sagen, äh, ja, der hat kognitive Beeinträchtigung, der hat, ähm, irgendwie so einen Raum werfen, dass er narzisstische Persönlichkeitsstörungen hat, ähm, also das war ja auch alles ein bisschen vage, und dann hinterher hat er gesagt, nein, persönliche, äh, Trades, Narzisstic Trades, äh, ja, gut, was heißt das, sieht natürlich ein Stück weit jeder ein bisschen, ähm, ja, dass es einfach nicht geht, ohne Untersuchungen, dass es nicht korrekt ist, ähm, äh, Goldwater Rule wurde damals eingefügt, als dann, äh, hat er noch ein bisschen drüber erzählt, wusste ich auch nicht, als so ein Senator da ins Kreuz vorher gekommen ist, bei so einer Wahl, ach, die Katze, die hat so, ey, ähm, und dann einer Psychiater angeschrieben worden sind, äh, ob er denn fähig ist, diese, dieses Amt auszuüben, und sich dann irgendwie 2000 Psychiater dazu geäußert hatten, also war wohl in den 70ern oder so, äh, mit irgendwelchen Diagnosen, und dann gesagt worden ist, also das kann echt nicht sein, so kann es, ähm, nicht sein. Ich verstehe natürlich, habe ich gestern ja schon gesagt, diesen Punkt, ähm, das sieht man ja auf Social Media auch viel, dass sich natürlich Menschen unterhalten wollen über, wenn jemand in der Öffentlichkeit so und so auftritt und da Meinungen drüber bilden, äh, ja, klar, verstehe ich, äh, ist, finde ich auch, ähm, ja, also ich weiß noch, ich habe das auch bei Trump oft gedacht irgendwie, also natürlich dann darf man bei Trump ja auch nicht sagen, so, äh, der ist jetzt dies und das, darf man, also soll man auch nicht, äh, trotzdem sieht man natürlich die Sachen, äh, die gemacht werden, bildet der Meinung drüber, äh, also, ja, ich weiß auch nicht, vielleicht müsste man da auch mal in Zukunft, äh, das alles nochmal gucken, ob man das nochmal anders aufstellt, ähm, ja, weil irgendwo ist da so eine gewisse Reibung in dem ganzen Thema, aber dass das so vor Gericht nicht geht, äh, ja, das, äh, glaube ich, kommen Sense und war auch wieder so, ich meine, dieser Spiegel gestern, ich meine, da gibt es auch schon wieder tausend Memes und, ich weiß nicht, so einfach absolut, äh, der skurrile Figur, wie viele Zeugen von Amber Hertz Seite und der, ja, ich meine, wahrscheinlich nicht schwierig, dann einen korrekten Psychiater zu finden, der machte halt einen sehr gesammelten Eindruck gestern, der dann sagt, naja, so geht es echt nicht, ne, so, das ist nicht die Art, wie man jetzt hier vor Gericht, äh, sich ein Bild verschafft, ne, so, dass man guckt, wie ist der im Film und, äh, und wie ist der denn so und hat auch noch Details, also, ich meine, das spricht eigentlich, nicht, muss man eigentlich gar nicht drüber reden, das war, ach, warte, ey. Ja, dann, äh, war die Aussage von Jennifer Howell, wer ist Jennifer Howell, das ist, ähm, also die Hauptgegenaussage, die Johnny Depp ja jetzt so hatte, aus meiner Sicht ist, äh, dass halt die Schwester sagt, sie hätte häusliche Gewalt gesehen, auf dieser ominösen Treppe, wo Johnny Depp, Amber Hertz, fast runtergestoßen hätte, und das Problem ist nur, es gibt, ähm, eine Aussage von dieser Jennifer Howell, das ist so gute Freundin gewesen, äh, von der Whitney, von der Schwester und hat die damals aufgenommen für ein Jahr nach diesem, nach dieser Geschichte auf der Treppe und ihr hat sie dann wohl gesagt, äh, also eine ganz andere Geschichte erzählt, dass Amber Johnny attackiert hätte, dass sie, die Schwester, fast die Treppe runtergeflogen wäre, ähm, dass Amber Hertz, ich glaube, in Richtung der Schwester zum anderen Zeitpunkt auch mal volles Weinglass geschmissen hätte und dass sie, äh, unter dem, ähm, ja, missbräuchlichen Verhalten von M., der älteren Schwester Amber und ihrem Vater auch, äh, lange gelitten hätte in ihrem Leben und, ja, äh, und diese Aussage existiert halt schriftlich und die ist jetzt auch in Beweise aufgenommen worden und man hatte jetzt, also ich hatte jetzt irgendwie so leidenhafte Wahrheit, es gibt auch irgendwie eine dramatische Zeugenaussage, aber da ist wieder, da ist wohl wieder ganz viel rausgeschnitten worden, das war jetzt so eine Videoaussage, weil, ja, Hörensagen wiederum nicht, also ich kann nicht sagen, ich habe gehört, dass Amber mir das und das gesagt hat damals, äh, dass es wieder, ja, dann ist wieder Hören-Aussagen und das geht wieder nicht und das war eine sehr frustrierende Aussage, was vielleicht noch krass ist, dass die Organisation, äh, für die Whitney, äh, da, die Whitney da, äh, nee, die Jennifer Howell präsentiert, ähm, dass sie eine große Spende bekommen hat, ähm, von Elon Musk, ähm, on behalf of Amber Heard und was natürlich auch, äh, ein ziemliches Geschmäckle ist, naja, keine gute Idee wahrscheinlich, so nicht, äh, was ja so ein bisschen so wirkt, als, äh, soll die Zeugin ein bisschen ruhiggestellt werden, dann, ja, ähm, mutmaßlich, genau, äh, genau, habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube, das waren die Sachen, äh, waren noch mehr, aber das würde man sagen, waren so die Hauptsachen gestern und, ja, heute soll ja Kate Moss aussagen, das wird, glaube ich, nochmal spannend, Freitag zum, glaube ich, Abschluss, Plädoyers und die Aussage von der Jennifer Howell ist natürlich insofern einfach krass, weil letzten Endes ist die Whitney die einzige gewesen, die jetzt wirklich ausgesagt hat, dass sie konkret was gesehen hat und deren Glaubwürdigkeit ist natürlich am Boden durch die Aussage von Jennifer Howell und, wie gesagt, da, äh, irgendjemand hat da auf jeden Fall mein Eid bekommen, so manchmal, äh, und Ember hat es ja auch schon, ähm, Lügen überführt worden da und, ähm, bin mal gespannt, was da noch alles hinterherkommt und, ach, es ist einfach, ähm, also, ach genau, das wollte ich noch sagen zu dem Typ mit dem Trailerpark, also mir hätte er auch echt leid getan, weil er hat dann ein paar Mal versucht zu sagen, oh, es hätte ihn so angeträgert, weil er selbst in einer, äh, als Mann in einer missbräuchlichen Beziehung gewesen wäre, dieses Geschreie und, ähm, und dann wollte er es halt näher ausführen und dann haben sie immer wieder, nein, geht, also, es ist wieder zu abschweifend oder darf er nicht und, ach, Mann, aber gut, äh, natürlich verstehe ich auch, dass das Team von einem Behörde auch einfach versucht, ihren Job zu machen und die haben ja nicht viel, die haben einfach nicht viel, Zeugen sind größtenteils furchtbar, die sie haben, ähm, es macht alles, äh, von vorne bis hinten machen die meisten Sachen einfach überhaupt keinen Sinn, ähm, auch die Jennifer Haule hat gestern ausgesagt, dass sie nie irgendwelche Fotos gesehen hat von, äh, von irgendwie, ja, Verletzungen, was, äh, Ember Hurt angeht und es ist, ach, ja, ja, also ich denke, doch, jetzt mittlerweile zwischendurch war ich mir nicht mehr so ganz so sicher, ähm, wegen dieser Natur des Verfahrens, aber, äh, ich glaube, ja, sieht wahrscheinlich ganz gut aus, äh, für Johnny, wie gesagt, obwohl, sie müssen ihm ja, wie gesagt, nur diese eine Sache nachweisen, aber ich kann nicht sehen, dass das irgendwo gelungen ist, aber es muss die Jury entscheiden und, naja, Gott, ich habe ja schon mal eine Meinung dazu gesagt und es wird auf jeden Fall, äh, sagen ja auch alle, dass es auch eine Berufung geben wird, von daher, äh, äh, wenn wir da scheinbar noch, ähm, lange mit zu tun haben und, ja, bringt ja auch eine Menge Aufmerksamkeit auf diesen, äh, ganzen Prozess und, ja, weiß nicht, ob die auch die Aufmerksamkeit genießen, diese beiden auf eine schräge Art, ähm, keine Ahnung, wird ja natürlich, Ember Hurt kennt jetzt jeder, kannte vorher nicht jeder und man wird sehen, aber es ist sehr triggernd, äh, es geht mir ja auch teilweise so, das anzuhören und ist ja auch eine Sache, mit der ich mich immer beschäftigen muss, dass dann Leute kommen und sagen, äh, das und das ist passiert, ich kann das nicht, ähm, belegen, ähm, das und das passiert und, äh, das Jugendamt glaubt mir nicht, das und das ist passiert, das Gericht glaubt mir nicht. Trotzdem, äh, wie gesagt, das habe ich auch schon öfter gesagt, sehe, also, das ist meine Meinung, man hat die größten Chancen vor Gericht wirklich Gehör zu finden und auch Menschen zu finden, die das, äh, durchschauen und, ähm, ja, deswegen, wenn euch wirklich Scheiße passiert, ja, ähm, ähm, habt keine Angst oder seid nicht so co-abhängig da, wenn es da wirklich Belege gibt für eure Position, ähm, das auch durchzufechten, ne? Also, ich finde, das gehört auch manchmal zum Aufarbeiten von toxischen Beziehungen, äh, dass man das, man kann nicht alles immer glatt ziehen, viele Sachen, äh, hat man vielleicht auch keine Belege drüber und dann bringt es irgendwie auch nichts, aber, ja, es gehört auch dazu und, wie gesagt, man, ähm, ähm, ich finde, man kann bei Johnny Depp, äh, also, wenn ich jetzt Johnny Depp beraten hätte, wie er sich vor Gericht verhalten soll, wäre genau das gewesen, ne? Ich finde, da kann man eine Menge sehen, was man, was, glaube ich, äh, wie auch immer, was da jetzt genau passiert ist, aber, nehmen wir mal an, das ist so, wie er es sagt, ähm, dann ist es ein gutes Verhalten, einfach Fakten vorzubringen, äh, da ruhig zu bleiben, er macht auch dieses Greyrock da, was ich auch immer empfehle, größtenteils einfach die Nerven behalten, cool bleiben, seine, seine coole Attitude, äh, behalten, Fakten, 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 das muss ich immer wieder sagen, einfach nur Fakten, 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 äh, kein, äh, kein Drama, kein, weil, ähm, das kommt nur meiner Ansicht nach auch bei M.H. hat es sehen, dass sich die Gegenseite dann häufig um Kopf und Kragen redet, äh, sie hat sich ja zum Schluss des Prozesses viel besser im Griff gehabt, ähm, ist sie scheinbar auch besser gebrieft worden, weiß ich nicht, äh, vielleicht, keine Ahnung, äh, aber am Anfang hat sie sich definitiv um Kopf und Kragen geredet und das ist, was oft passiert, weil Menschen, die, ähm, wie soll ich mal sagen, gewisse Ego-Portionen haben, was ich mir theoretisch aus der Ferne vorstellen könnte bei ihr, ich sag's jetzt mal so ganz vorsichtig, merken oft nicht, wann sie ihr Blatt überspielen, wann es einfach zu viel ist und wann einfach, äh, das Kartenhaus zusammenrichtet, das liegt eben auch in der Natur dieser, des Egos, sag ich mal, das ist nicht immer überschätzt, irgendwie, nicht, dass Johnny Depp nicht auch, äh, bestimmt ein Ego hat oder so, aber gut, ich lasse sie jetzt einfach mal so stehen und wenn ihr mehr von haben wollt, äh, kommentiert's gern und bin gespannt, ob's noch, ähm, ja, ein krasses Ende gibt des Prozesses, äh, warum Kate Moss übrigens, ähm, weil M.H. gesagt hat, ja, Kate Moss hätte ja auch fast die Treppe runtergestürzt, das ist etwas in der Art, so einen ganz genauen Wortlaut, erinnere ich mich mehr, und, äh, Kate Moss war ja vorher nicht zugelassen worden, wegen mangelnder Relevanz und, weiß nicht, ob ihr das, äh, vielleicht habt ihr das gesehen, dass sich die Anwälte von Johnny Depp dann abgeklatscht haben, als sie Kate Moss erwähnte, weil sie dann wussten, ja, jetzt wird sie, ähm, aussagen und sie wird wohl aussagen, dass sie nicht die Treppe runtergestürzt worden ist von Johnny Depp, vermute ich mal. Ja, schauen wir mal, in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder, ciao ihr Lieben. Musik 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 Untertitelung. BR 2018